Was heißt denn Kostüm? So laufe ich immer rum. Unsere Adventsaktion in diesem Jahr, Olli und Jana suchen Weihnachten. Mit Engel Jana. Und mit Nikolaus oder Weihnachtsmann Olli, man weiß es nicht. Beides, ja. Ich finde das bei Jana irgendwie nicht authentisch, sie sieht so lieb aus. Bitte was? Man muss sich immer ein bisschen blöd anstellen. Dann hat man sichergestellt, dass die Frau ein bisschen an einem rumwummelt. Jana, ich glaube das sitzt noch nicht. Kannst noch mal gucken? Das ist anstrengend. Das muss man geben zwischendurch. Wir suchen in diesem Jahr Weihnachten und das machen wir mit euch zusammen. Was genau das bedeutet? Wir werden auf jeden Fall, das können wir euch schon mal verraten, Weihnachtsgeschichten erzählen und auch ein bisschen mit euch singen. Aber nicht zu viel verraten. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020